Protozoen oder Urtiere bzw. Urtierchen ist eine veraltete Bezeichnung für aufgrund ihrer meist heterotrophen Lebensweise und ihrer Mobilität als tierisch angesehene, eukaryotische Einzeller. Karl Grell definiert sie als Eukaryoten, die als Einzelzellen leben oder koloniale Verbände bilden. Unterscheidung Protozoen-Protisten Zunächst stellte man die Protozoen zusammen mit anderen kernhaltigen Einzellern in ein eigenes Reich der Lebewesen, nämlich in das Reich der Protista. Die Begriffe Protozoa und Protista sind ebenso wenig systematische Taxa wie die Begriffe Algen, Amöben oder Flagellaten, da die Einteilung hauptsächlich aufgrund von ins Auge springenden Merkmalen getroffen wurde und nicht aufgrund natürlicher Verwandtschaft, über die damals noch nichts bekannt war. Die Bezeichnung Protozoa wurde von dem deutschen Zoologen Georg August Goldfuß 1818 in die Wissenschaft eingeführt. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erforschung der Protozoen beschäftigt, wird als Protozoologie bezeichnet. Die Erforschung der Protisten bezeichnet man als Protozoologie. Die Protozoologie ist ein Teilgebiet der Protozoologie und nach heutigem Verständnis ein Teilgebiet der Mikrobiologie. Systematik Die in Wikipedia verwendete Systematik ist die Systematik der Eukaryoten von ADL-EAL, siehe auch, Protozoin-Infektion. Die in Wikipedia Die Schildagować Untertitelung des ZDF, 2020